Hi, ich bin Dave. Ich und meine Freunde machen jetzt seit ungefähr drei Jahren die Skateboard hier und der Grund, warum wir das machen, ist grundsätzlich eigentlich, weil wir alle Skateboarding lieben, als unsere Leidenschaft ist und wir es als ein von Gott bedienendes Privileg sehen, unsere Identität auszuüben, kreativ zu sein in dem, was wir machen und ja, das ist auch grundsätzlich eigentlich die Motivation, warum wir das hier machen. Für die kleinen Kids, weil wir ihnen ermöglichen wollen, ja, kreativ zu sein in ihrem Alter, das auszuprobieren oder sich wirklich selbst zu finden und für mich und für uns Jungs ist halt eigentlich die perfekte, ja, das perfekte Ventil eigentlich von, ja, von Gott gegeben, halt das zu machen, worauf man Lust hat und seine Identität zu finden.